moin herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge let's play ls 17 hier nordfriesische marsch vierfach map version 1 6 ohne gräben ja ja wir sind hier samstagnachmittag unterwegs heute abend gibt es ein livestream multiplayer auf meiner homepage habt ihr tatsächlich auch die möglichkeit euch dafür zu bewerben einfach mal nach riesen jungen 13.de da ist ein beitrag ganz oben sticky bewerbung zu mitspielen und den könnt ihr ausfüllen wenn er es rechtzeitig macht vielleicht könnt ihr dann heute abend tatsächlich schon dabei sein und mitspielen dann auf regelmäßiger basis auch wenn das gut läuft ja was machen wir sind fertig mit der ernte wir müssen natürlich mit einer neuen aussaat beginnen aber erst mal bevor wir das tun kümmer ich mich hier mal so ein bisschen um die produktion ich guck mal dass alles läuft dünger wird hier schon fleißig produziert und ja was ich jetzt erstmal mal ist ich guck was wir alles im silo haben damit ich dann auch sehen kann was wir dann unbedingt säen müssen immer hier unser tolles silo display weizen haben wir kaum noch gerste sind wir fast voll aha das ist gut ja wir haben scheinbar keinen opfen stroh sind wir auch voll ja das können wir vielleicht auch sogar verkaufen mal gucken was wir damit machen mischrationen haben wir kartoffeln haben wir 71.000 den brauchen wir auch also wir brauchen auf jeden fall kann ich jetzt schon sagen brauchen wir weizen wir brauchen raps auf jeden fall weil ich will auch noch wir müssen öl machen ich will jetzt mal gucken wie das aussieht ob wir vielleicht hopfen haben und dass er noch nicht angezeigt wird müsste ich natürlich wissen wie das sind wo da ist hopfen 430.000 hopfen können wir auf jeden fall auch machen wir wieder feld 4 auf jeden fall auf der sicheren seite ach so jetzt wo wir gerade hier sind können wir uns ja auch dann gleich mal zu den einzelnen produktionen beam die müsste eigentlich hier voll sein ist sie was fehlt leere paletten ok jetzt müsste man einen zettel haben also paletten müssen zur brauerei hopfen haben wir hier auch noch recht viel weizen nicht mehr so viel wasser ja interessiert jetzt alles gar nicht ok das ist jetzt mal das fällt da oben eingeblendet hopfen hopfen ja wir haben auch noch recht viel hopfen also wir brauchen nur nur in anführungsstrichen fällt 4 für hopfen ok gerste haben wir noch ein bisschen was weizen haben wir auch ein bisschen was aber jetzt nicht übermäßig viel so hier steht die produktion auch ist klar ja paletten müssen hier auf jeden fall hin ok das soll soweit klar sein da haben wir Speiseöl und Diesel wir müssen beides unbedingt produzieren da wird kein Weg dran vorbei also Raps wird im großen Stil jetzt angesät werden A52.000 ist da drin da brauchen wir Raps Raps brauchen wir lang und schmutzig gut dann die Bäckerei oh 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 so Kuchen ist das mit den hier ist jetzt einmal aus dem Trigger raus oder hat er noch genug er hat noch genug er hat noch genug Backbahn Ne ist nicht mehr so viel da Ne Mehl das ist doof ich habe gar kein richtiges Blatt Papier hier um hier Notizen zu machen ähh Ne Fabrik besuchen ok das sieht doch schon nicht so schlecht aus Weizen ist nicht mehr da Erste ist nicht mehr da Roggen ist noch da sehr schön also wir müssen hier nur mal das Mehl abholen ja das können wir machen ja das können wir machen ich schreibe mir das nur immer gerade jetzt mal auf Mehl zur Bäckerei so was ist das der Schlachter ok Tiere haben wir nicht mehr da leere Paletten haben wir noch da Karton Paletten haben wir da ok also Tiere könnten hier hin zellstofffabrik wie sieht es da aus zellstofffabrik wie sieht es da aus da was haben wir noch hier liegt ein goldklumpen zack meiner muss mal sehen so leere Paletten haben wir da Wasser haben wir da Hackschnitzel haben wir da das heißt hier sind mit Sicherheit die Spawner alle voll gut die Spawner müssen wir leer machen Hafen Diesel ist noch da wir können auf jeden Fall Diesel ist da aber nicht mehr viel aber wir können hier auf jeden Fall ein bisschen Platz machen dass die Produktion hier ein bisschen weiter läuft so sehr schön oh das ist schön das ist schön die Brennerei ist voll Obst so Brennerei so das sollten wir hinkriegen Getreide haben wir hier noch aber keine Leerpaletten mehr ok da drüben hätten wir noch Leerpaletten da da werden wir hier gleich erstmal da da haben wir aber richtig gut zu tun das ist schön so was sagt denn der Komposter Komposter das ist voll mit 300.000 hier liegen naja noch ein bisschen was liegt hier noch um 35% abfall 35% abfall noch da ist da ist da ist da ist da ist das zu nicht so komm ich hier hin in in ja, komm ja, komm jedenfalls bringen wir hier einfach Stroh noch zum Komposter wie gesagt, Kompost können wir auch viel gebrauchen jetzt da, den haben wir mal eben gucken, was hier noch so liegt wie viel mehr als ein Ball liegt ne, nur ein Ball den können wir da auch mal eben reinbringen da haben wir nämlich hier gleich gleich für Ordnung gesorgt ok, so Komposter läuft auch wir gucken mal erst mal ja Baumstämme Diesel ist nicht mehr viel Baumstämme sind voll ok Holzindustrie suchen oha, hier ist voll und ich habe hier mein Fahrzeug gar nicht was hier oben hängen gehört oh, oh, oh wieso arbeiten die nicht wieso arbeiten die nicht das ist voll oder was Kretterpaletten jetzt mal raus geguckt wie viele die nicht auch Fört und die die Wir haben da hinten aber auch noch ein paar Paletten liegen. Das ist schon mal cool. Die wirst du dann auch gleich wieder anfangen zu arbeiten. Ah, Moment. Was ist denn hier eigentlich mit? Unser Holzscheitwerk. Okay. Das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Pups Farm. Kartonpalette. Kompost. 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 Aber ich habe jede Menge Obst. Also ich kann also locker die Brennerei damit versorgen. Das ist sehr schön. Eierhof. Wir suchen. Wie sieht es da aus? Jo. Eier. Da haben wir sogar noch von allem. Jo. Das ist super. Das ist super. Leberei. Ja. Hier haben wir auch noch ein paar Paletten. Hier die Palettenfabrik. Produziert auch fleißig. Das läuft alles. Ja. Die kann auch noch weitermachen. Sehr schön. Pellets haben wir. Doch. Nicht so schlecht, oder? Nicht so schlecht. Hier. Gemüse. Bleibt. Haben alle alles, hoffe ich. Muss nochmal wieder hinfahren. Aber ich habe beim Sägewerk gar nicht geguckt. Oha. Ja. Gut. Hackschnitzel hier. Der ist voll. Aber das macht nix. Und Bäume sind noch viele da. Das ist toll. Naja. Das mache ich dann gleich. So. Das haben wir uns angeguckt. Gut. Da können wir nochmal hin zum Rinderhof. Und dann machen wir auch bald Schluss. Aha. Okay. Das ist ja auch sehr schön, dass ich dann hier so gefangen bin. Wie viele Rinder haben wir denn? 137. Und 132. Knapp 270 Rinder. Mischfutter habe ich hier nicht mehr. Katastrophe. Hier. Auch kein Mischfutter mehr. Na. Das müssen wir da ändern. Jetzt kommen wir nochmal eben schnell weiter. Käserei. Besuchen. Wie da aussieht. Ja. Super. Sieht es da aus. Woran fehlt es hier? An Milch? Oder? Paletten. Da habe ich ja jetzt aber erstmal zu tun Paletten zu verteilen. Haryasses. Ähm. Bin gleich durch. Mit allem wo ich gucken wollte. Wo wollte ich denn jetzt noch hin? Achso. Ich wollte hier auch nochmal eben gucken. wo bin ich denn? So. Da bin ich. Okay. Kein Kies mehr da. Und kein Sand. Ja. Macht nichts. Da wollte ich sowieso nicht ganz so viel. Leute. War jetzt vielleicht nicht ganz so spannend. Wir haben erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht. Aber ich weiß jetzt was abgeht und was wir brauchen. Und ich werde mich jetzt darum kümmern. Ähm. Wir können eigentlich vorher nochmal eben schauen. Also was ich hier aufgeschrieben habe. Was wir auf jeden Fall brauchen. Ist ähm. Weizen. Raps. Und ein bisschen Hopfen. Wenn das jetzt ein bisschen klackert. Dann ist das mein Headset. Das ist mir ein bisschen verrutscht. Ein bisschen unangenehm. Sorry. Ähm. Ähm. Jetzt gibt es immer ein Feld. Das wir kaufen könnten. Was Sinn macht. Raps. Und ein Raps. Ja. Hat 33 noch nicht abgeerntet? Doch. Ja. Irgendeine Felder sind alle abgeerntet. Das andere ist im Wachstum. Okay. Alles klar. Wenn hier keiner Raps hat. Alt 41 ist Waps. Act 41 ist Waps. pioneer fün Interesting moved scale 1,8 millionen hätten wir 7 millionen 4 millionen habe ich und ich wollte ja eh eigentlich ein Feld kaufen das machen wir noch eben und dann ist Schluss für diese Folge Feld 41 haben wir gekauft hey wenn es euch gefallen hat dann hinterlasst mir ein Like, Kommentar, Abo kommt mich auf meiner Facebook-Seite besuchen frisium13 oder kommt auf meiner Homepage frisium13.de heute Abend ab 18 Uhr ungefähr Livestream, Multiplayer Livestream wenn ihr Bock habt da mal mitzuspielen ja auf meiner Homepage frisium13 gibt es einen Post ganz oben zum Thema Bewerbung zum Mitspielen da steht genau drin was was ihr für Voraussetzungen erfüllen müsst da gibt es ein Formular was ihr ausfüllen könnt abschicken und dann kontaktiere ich euch gegebenenfalls wenn das rechtzeitig ankommt wenn ich Zeit habe und so weiter und so fort wenn das für heute nicht mehr klappt nicht verzagen wenn ihr euch da eingetragen habt heißt das und ihr kriegt jetzt für heute Abend keine E-Mail mehr oder keine Einladung dann kann das gut sein dass es dann für nächste Woche klappt ja in diesem Sinn sage ich dann mal Ciao raal hin r g weg weg two happens